Ja, hallo! Heute ist der 4. Dezember, der Tag der Heiligen Barbara und an diesem Tag gibt es einen bestimmten Brauch und den wollen wir Ihnen heute vorstellen. Und dafür stehen wir hier gerade auf meinem Hof sozusagen und öffnen diese Hoftür, was eigentlich ein großes Hofturm früher für den Gartenbaubetrieb war, um ein wenig zu sehen, was für ein Paradies sich dahinter verbirgt. Ich lade Sie also ein, mir zu folgen. Ja, der Legende nach ist die heilige Barbara aus Standhaftigkeit für ihren Glauben von ihrem eigenen Vater sozusagen gefoltert und in einen Turm gesperrt worden. Auf dem Weg zum Gefängnis ist sie mit ihrem Gewand an einem Zweig hängen geblieben. Diesen Zweig hat sie ins Wasser gestellt und dieser Zweig hat der Legende nach an ihrem Todestag das Blühen begonnen. Ein Engel hat sie in der Zeit im Gefängnis gepflegt und die Barbara Zweige erinnern im Endeffekt daran, dass man standhaft bleiben kann und dass man mutig sein kann für seinen Glauben. Und die Zweige in ihrem Blühen sollen uns im Grunde genommen an Weihnachten, an der Geburt Christi, an diesem Glauben erfreuen lassen. Geschnitten werden in der Regel Obstbäume. Wir haben hier gerade auch mal einen Zierapfel dazu noch geschnitten, Forsythienzweige und ähnliche Dinge, die, wenn man sie am Tag der heiligen Barbara, also am 4. Dezember ins Wasser stellt, bis zum Heiligabend blühen sollen. Natürlich sind Kirschzweige so das Schönste, was man in die Vase stellen kann. Die blühen dann wunderbar rose, aber Forsythien und mit dem Apfel dazwischen sieht also auch wunderschön aus. Mein Strauß Barbara Zweige ist jetzt geschnitten. Die Zweige stelle ich jetzt also in eine Bodenvase und werde mich jetzt schon mal an ihnen erfreuen und Weihnachten hoffentlich an wunderschönen gelben Forsythienblüten mit den Äpfeln dazwischen. Heute wünsche ich natürlich allen, die Namenstag haben, also allen, die Barbara heißen, einen ganz besonderen 4. Dezember, einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass auch Sie alle Barbara Zweige schneiden können oder welche geschenkt bekommen und allen anderen, wünsche ich einen gesegneten und schönen weiteren Advent.